Er ist noch neu, Digga. Ihr kennt euch noch neu, Digga. Ja, er tweetet E-Mails am Runden. Ja, was? Rückseite auch! Er ist Toad, Digga. Er hat einfach Stuff-Controller. Toad-Wemo. Wemo, schon fast inside. So Leute, willkommen... So Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich mit zwei Leuten, die bereits schon einmal auf meinem Kanal waren. Der Alltime, äh... Oldtime Classic. Oldtime Classic. Ja, der Seladin. Dankeschön. 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 Und natürlich Jonas. Den hat man so noch nicht auf meinem Kanal gesehen. Aber er hat meine Musikvideos gedreht. Er hat bei Apex mit uns mitgespielt. Und wir spielen heute We Party. Lass mal, wir haben das Handgelenkschlaufe dran. Ja, 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 ja. Wir spielen natürlich Insel der Abenteuer. Denn heute wird der Abenteuer. Digga, wer ist der rote Schwule? Was ist das denn, Digga? Was ist das denn, Digga? Fuck, ich meinte. Haar, ich bin schwul wie in echt. Bro, ich hab ne Campion auf. Wir werden jetzt niemals sehen. Oh, ne, der sieht auch... Der sieht auch zu krass aus, Digga. Joko und Klaas. Joko und Klaas. Ne, wir nehmen Stefanie. Okay, wir nehmen Stefanie. Aber ist echt nicht safe. Das Schwarte ist eigentlich echt nicht safe. Wisst ihr, müsst ihr euch vorstellen, dass das sind so neugeborene Maulwürfel, die gerade aus ihrem Haus raus kommen und das erste Mal das Licht des Tages erblicken. 12 Sekunden später. Nice. Deswegen bin ich so gut in dem Spiel, weil ich mir das einfach vorstelle, wie ich jetzt einfach Maulwürfel in ihr Leben nehme. Ja, jetzt bin ich auch motiviert. Ja, ist auch okay, oder? Nein. 15! 15! W스를.. Hahahaha! Ne. Wie kann das denn? 1 auf 7. Ist das so alt wie deine freunde Bruder? Das ist eine Lüge, das ist eine Lüge. Aha. 4 Passt schon eher, oder? Ja. Ich sag jetzt, ich sag ... Ist das eine 6. Ich habe auch n Pass, er hat 3, er hat gesagt. Neu ... 8 ... Oh ich komm einfach mal weit. Wie sieht das Ufo aus? Was muss man drücken? Wie ein Ufo? Was ist das jetzt? Aber warum hast du mir vorher echt nicht die Hand gegeben? Das wäre ehrlich nicht okay, Digga. Geh weg! Geh weg! Äh! Erschiebung! Das Licht ist einfach zu ihr gegangen! Seh'n die Punkt, die war eins, Bruder. Mein Punkt. Der einzig wahre. Und der lange. Ich bin so cringe! Zipter! Ich bin so cringe! Zipter! Superhelden sind voll mein Ding, Digga. Ich mag sowas, Marvel und so. Ja, und auch wenn deine Marvel. Ja, Digga, das sind alles gebeitete Sachen. Okay, ja, ja, das ist schon mal vielversprechend. Wie, äh, Jonas, wenn der redet. Ja! Ja! Bye! Ich hol mir den Ballon, ich hol mir den Ballon! Ey, 9! Er 22! Das war ehrlich krass, Digga. Ja, Digga! Oha! Das ist ehrlich cheating, Digga. Man kriegt das so weit nach vorne. Ich lande wahrscheinlich auf dem roten Ding und werde nach hinten geworfen. Ah, Glücksspiel magisch! Da seh ich mich drin, Digga. Ja, weil du da kein Skill brauchst. 6, 1, 5, 2! Stark! Hä? Das ist bei beiden einfach eins mehr und eins weniger. Hehehehe! Nein! Nein! Ich muss das Falsche auswählen, sonst werde ich nach hinten geworfen. Das ist Falsche, das ist Falsche, das ist Falsche. Nein! 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 Oha! Oha! Er geht dir hier richtig zum Anfang, Digga! Oh nein! Ich hab jetzt hier eine 2 oder so. Das ist eh eine 5. Ich bin schwul! Sie kommt in die Hölle! Richtig? Sie wird nicht. Sie wird gar... Pfff! Hahahaha! Was ist das denn für ne Quote? Ja! Mann! Er gönnt ihm, er gönnt. Ich will nicht mit der auf einem Falschen... Bohohoho! Schneid das denn aus! Es ist ein 2. Das war sachte. Es ist ein 2! Schau mal! Die Flies! Die Flies, Bro! Ok, lass go! Ich hab mich letztens einfach nach hinten geschmissen. Oh! Nicht schlecht! Das ist nicht gut! Nicht schlecht! Kann man sich nicht auch oben rumwerfen? Digga! Das ist halt stupel! Nur rum! Wenn du nicht weit kommst! Du kommst sehr hoch! Na schau doch! Wo steht das denn? Du bist schon weit fliegen! Ja ok, probier! Wenn du ganz oben bist! Ja da! Probier! Also ich weiß nicht! Du kommst hinten rum! Ist ja echt nicht so krass oben rum! Du kannst da draußen bleiben! Ich hab mich gesteigert! Wo bin ich hier? Mit der Schau! Mit der Schau! Mit der Schau! Mit der Schau! Ein Meter war aber nicht schlecht! Besser als ich! Man kann ja auch nach hinten fliegen! Ist besser! Im Positiven zu bleiben ist stark! Ich bleib positiv! Wie bei HIV oder egal! Also wie positiv in deinem Leben war der HIV Test! Und der Schwangerschaftstest von deiner Mutter! Aber 8 ist auch nicht so schlecht eigentlich oder? Nee lass uns ein Spiel machen wo wir jetzt da magieren! Links! Links! Nicht gerade! Links! 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 Achso ich war grad lost! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Es ist verdient alles! Ich hab nicht aufgepasst, Digga. Moses jetzt. Oh. Ist echt Moses, Digga. Oh, ich hab das Game gefuhr. Oh, scheiße. Okay, hau Stefani nach hinten. Orange, orange! Ja! Ja. Zum zweiten Mal. Gefeilender Bruder. Dir gefällt's dir, oder? Dir gefällt's dir, oder? Das ist schön warm. Das ist Battle Royale. Lass Stefani, äh... Ja, auf jeden Fall. Warte. Gebe, gebe. Nein! Nein! Jonas! Okay, jetzt ist Ongion, okay? Ongion, danke. S. Ich wollte mir halt das S, S, öh. Ja, jetzt ist er tot. Battle Royale, gell? Ja. Lüge? Lüge? Dann muss er sich geschlagen geben. Ja, und... Ich hab grad gar nichts gesteckt, Digga. 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 Du musst mit der Mondschwerkraft rechnen. Was wolltest du machen? Mein Ziel war so gemacht, und ich wollte auch machen. Ich bin am Ziel. Gewinn für uns. Gewinn für uns. Schicksalartstor. Achso, Schicksalartstor. 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 Wer ist das? Oha, wir haben... Wally. Ich geh durch die Mitte. Ich auch? Ja, Wally. Immer das vorgenommen. Nein! Ja! Ich bin tot. Oh mein Gott. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin jetzt am Schicksalartstor und ich hab zwei Würfel und ich muss sechs kriegen. Ne, ne. Och man, das ist langweilig. Bitte. Aber ich geh einen Webel gleich aus. Aber ich geh einen Webel jetzt raus. Will man da nicht sechs kriegen? Hey, komm. Ich geh jetzt einen sechs Wirft, dann ist das Spiel raked. Ja. Machschallah. Ey, wenn es die Gewinne... lass die Aufnahme löschen, dann machen wir noch mehr Game. Lass es halt, das Paket Panik. Wir haben ja Paket Panik. Peter Panik. Ja, ihr müsst einfach nur balancieren. Der Wind kommt manchmal. Ihr müsst einfach nur mal... Also, die Spiel... Wer ist das Spiel? Doppeltime. Das heißt, Paketpawnik. Ja, der war save über 30. Wow, chill! Der gab meine Pakete! Zoll, aber jetzt muss ich ja eine 6-Würfel. Du musst, du musst eine 6-Würfel. Bitte. Wie heißt das? Schicksalator. Schicksal als Tor. Nein, wie geht das denn nochmal? Und wenn sie jetzt gewinnt, dann bin ich echt traurig. Digga, dann ist das Spiel ringt. Und dann bin ich in der Hölle gefangen. Sie würfelt der 3. Nein, RIG! 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 RIG!